hallo zusammen dieses video entstand am 2 november in dem tag war noch ein richtig schöner sonniger herbstnachmittag und ich habe eine größere ebay grunde gemacht von jen schwalde über groß bresen hinten rum guben dann zurück durch guben an der neise vorbei und ich habe hier einen großteil dieser tour komplett umgeschnitten als video erstellt viel spaß so Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018